Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren YouTube Video auf unserem Kanal sofort und gleich. Ja Leute, wir sind wieder in Rush Wars. Wir dürfen heute übrigens nicht so laut reden, weil wir haben das Mikrofon extra ein bisschen lauter gestellt. So, wir fangen an mit einer Free Box und da kriege ich auch direkt eine Rare raus und 4 Gems. Gold, Mortar, Pitch habe ich jetzt Level 6. Was passiert denn, wenn man da oben auf Clear drückt? Was? Lass mal her. Doch, dann ist deine ganze Truppen weg. Oh, ich kann mein Headquarter auf Level 4 upgraden. Okay, ist gut. So, wir fangen aber erstmal mit einem Attack, mit einem ganz normalen. Wo kriegt man eigentlich so schnell das Gold? Ja, vergleich. Wie das Gold? Ja, Gold. Ein normales Gold. Oben, die München. Wo bekommt man die? Wie schnell bekommt man die? Oder unten. Ich weiß auch nicht. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder solche da hin, aber dazu sollten wir das weg machen. Erstmal der Minenwerfer, der kommt hier hin. Ja, dann die Truppen, da kommen Pitcher hier hin. Ein Pitcher schmeiße ich raus. Da kommt hier noch ein Besucher hin. So, safe. Dann kommt hier nochmal... Jetzt kann ich hier unten noch die Kisten öffnen. Hier nochmal die Gelfen. Oh mein Gott. Oh Gott. Let's go as heck. Ja, schauen wir mal, ne? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Wie krank. Holy shit. Zu stark, oder? Aber absolut. Der hat zwölf stücke oder sowas von diesen, von diesen Guards. Oh, weg durch. Hier kommen wir in der Stadt rum. Die Truppen kommen da rein. Ich weiß ja, Pitcher Level 6. Das ist ziemlich geil. Hast du den Lautstärke gehabt? Ja, die Lautstärke waren. Da hat wahrscheinlich wieder jemand YouTube geguckt. Ich nicht. Auf dem Tablet. So. Ja, würde ich mal sagen, a tag. Auf geht's. Searching for gold mines. Und damit habe ich schon drei Sterne. Nice. Jetzt kommt drei Sterne. Hm. 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 Den mag ich nicht angreifen. Hm. 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 Könnte gut hören. Ja. Ja. Gehen wir doch mal da oben rein. Ja. 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 Da kommt eigentlich die Stadt rum. Hier kommt man in der Stadt rum. Da kommt einer dazu. Da kommt einer dazu. Die Pitcher rennt sich da rein. So. Und dann kommt noch hier ein. Den ersten Stern haben wir. Ja. Das ist natürlich echt blöd. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Das Ding schnell down damit ich an diese. Blöde. Ja. 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 Das werden drei Sterne werden. Drei Sterne? Ja. Das ist gut. Okay. Das haben wir den nächsten. Drei Sterne. Ja. Und bei mir wird es auch drei Sterne. Locker. Müssten eigentlich werden. So. Drei Sterne. Und damit ist auch die erste Truhe schon da. Bei mir auch. Eine common box. Bei mir wird es ne. Mit dem rare box. So. Nix gescheites. 780 Gold. Einmal Shield. Zwei mal Arcade. Nichts. Vier cannons. Fünf mortar. Und zweimal die war sogar toll. Super. Rack ist da. Also auf geht's weiter. Das court attack. Äh. Nur Schrott. Wird nicht mal. Ne. Das sieht auch nicht gut aus. Das ist gut. Jetzt hier kommen einmal die hin. Da kommen einmal die hin. Die teilen wir da einfach auf. Das ist nicht meins. Dann hier einmal diesen. Die Bazooka da nochmal. Und die Pitcherin ganz hinten. Das habe ich vermirkt. Ja. Das sieht doch eigentlich mal ganz solide aus. So. Und dann komme ich gleich da oben. Bitte. Bitte macht's. Einen Stern. Ja. Drei Sterne. Den ersten Stern habe ich. Let's go. Den zweiten Stern habe ich. Ah ne. Mir fehlt noch ein Stern zum nächsten. So. Den dritten Stern. Hm. Das Problem ist das da unten noch so ein. Aber das ist so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und was macht er natürlich wieder erschießt. Obwohl das. Der schafft das. Der schafft das. Der schafft das. Er schafft das. Jawohl. Drei Sterne. Schade. Was heißt denn hier. Schade. Ich meine natürlich. Gleich. Das ist natürlich super gut. So. Dann würde ich sagen. Oh. Da hat wieder jemand gegen mich verloren. So es aussieht. Das gucke ich mir kurz an. Oh mein Gott. Da hat eine Rakete reingeballert. Was soll ich denn dagegen machen? Mist. Wie kann man gegen so jemanden verlieren? Wie geht das? Ich habe verloren. Ja. Ihr habt da. Oh. Das ist übel. Übelst verteidigt. Oh. Jetzt. Ach. Der macht so eine Zweier-Dings. Okay. Ah. Okay. Okay. Und jetzt verliert er. Der. Ja. Der Gorilla. Ja. Die zwei sind natürlich echt übel. Oh. Die Zweier-Defense. Okay. Home. Alles klar. Ja. Versuch sich anzugreifen. So. Don't take a bushy, oder? Ja. Never take a wash bear. Äh. Ist das euer Ernst? Okay. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei euch. Weil viel einfacher geht es eigentlich kaum. Hä? Was hast du denn gedacht? Wo ich langlaufe? Ganz ehrlich, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Kein Problem. Einen Stern. Das wollte ich auch nur haben. Ich habe mal eine Common-Box. Komm, mach jetzt den einen da noch down. Und dann habe ich das insgesamt gewonnen. Ja. Auch wieder mit drei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es war knapp, aber geschafft. Drei Sterne. Jawoll. Flawless Victory. Eine Rare-Box. Eine Rare-Box. Eine Cannon. Mines. Heal. Laser. Pitcher. Pitcher. Pitcher kann ich upgraden. Das ist gut. 100 kostet nicht das. Aber... Level 6 hat die jetzt schon. Wie hoch ist dein Pitcher? Level 6. Auch Level 6. Da bin ich ja schon fast auf deinem Niveau hier. Ja, ja. Wie viele Sterne hast du in deinem nächsten Box schon? Äh... Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ähm... Ähm... Oh... Zwei Panzer hat er... Oh mein Gott. Wenn ich gegen den verliere... Einen Panzer und einen Pitcher. Und da hinten diese Kanonen... Ne, das ist mir... Die Aufteilung ist nicht schön. Ich hätte da zwar einen Stern hätte ich mit Sicherheit bekommen, aber die Aufteilung ist überhaupt nicht schön. Alter... Was macht denn der da hinten? Der Panzer noch? Ne, ne. So... What the heck? Das sieht doch schon mal besser aus. Und dann sollten wir das auch eigentlich hier rocken können. Jo... Jo... Ja... Oh nein, da hat er eine Bombe... Aber ist egal, kriege ich trotzdem... Oder? Kriege ich doch, oder? Und jetzt kommt die ganze Zeit... Einen Stern habe ich schon mal. Einen Stern, der meinen Namen trägt... So... Oh, da hat er überall diese... Diese scheiß Minen. Bei den zweiten Stern habe ich jetzt auch... Oh, jetzt wird es problematisch. Ja, einen dritten Stern kriege ich diesmal glaube ich nicht. Ne... Einen dritten Stern, das schaffe ich diesmal nicht. Das finde ich doch gut, er gleich. Also wenn er... Oh, doch, ich kriege ihn! Ach, das ist nicht der Nass. Hahaha... Doch, wieder drei Sterne. Ach, man, er gleich. Gegen X. Yeo von TheKillerPR. TheKillerPR. So, wieder drei Sterne. Und die nächste Box schon. Eine common Box wieder. Canon... Oh, 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 oh... Ich habe es endlich auch mal, dieses Plumber Hole. Weißt du, wo heißt das? Ja, das ist das, wo die da rauskommen. Der rausmarschiert kommen. Ich habe mich die ganze Zeit schon geärgert, weil ich war ja toll. Ich bin der einzige wahrscheinlich, der das Ding nicht hat. Jetzt muss ich echt überlegen, ob ich das hier einsetze, das Plumber Hole. Und zwar anstelle von dem da. Ich hoffe, dass das auch geht. Hm, für das Plumber Hole brauche ich mehr, ne? Hm. Ja, dann machen wir das aber mal. Wobei, das war jetzt eigentlich dämlich von mir. Oder? Wow, warum? Das ist eigentlich, die Aufteilung ist eigentlich so richtig übel. So, dann würde ich sagen, wie viele habe ich denn noch? Ich habe noch zwei Kies. Wie viele hast du? Noch zwei. Auch noch zwei. Na, das ist... Zumindest glaube ich das. Es könnte noch mehr sein. Ich könnte auch noch drei haben. Hm, ne, der gefällt mir nicht. Gefällt Ihnen nicht? Ne, ich hätte zwar einen Stern bekommen, aber gefällt mir nicht. Das hier könnte allerdings, äh... Das könnte sehr krass werden. Ein Stern habe ich auch. Und jetzt habe ich meine... Jetzt habe ich eine 2. Ne, das Problem ist, ich komme wahrscheinlich gar nicht... Ne, 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 ne. Dann greifen die da oben die Hütte an und werden die ganze Zeit beschossen von irgendwas anderem. Was ist denn das jetzt alles hier? Ne, 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 ne. Eine komische Aufteilung, ganz blöde Aufteilung. Das hier ist allerdings jetzt schon eine Sache, die ist schon deutlich viel angenehmer. Leute, ihr habt es vorhin gesehen, auf jeden Fall immer diese Kanister erstmal wegbekommen, weil die Kanister, wenn die da stehen, das hilft einem schon so sehr. Macht ja gleich doppelten Schaden, wenn du so willst. Na, oh mein Gott, den muss los werden. Mach den da weg. Gut, der ist weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, 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 nein, nein, nein. Ja, also diesmal ist es nur ein Stern geworden. Das ist bei mir heute schon neuf, dass es passiert. Echt? Ja. Das ist das erste Match jetzt mit nur einem Stern. Insgesamt bei dir? Ja. Ach du Allinge. Das ist bei mir heute schon alleine schon eine Firma passiert. Nö. Nö. Bei mir ist es schon Thema passiert, oder? Nö, bei mir nicht. So, ist ein bisschen ärgerlich. Ähm. Nö, komm. Ich hätte es bestimmt geschafft, aber auch komm mit einem Panzer dann auch noch da. Ja, ist alles gut. Du magst die Panzer nicht, ja? Die sind eigentlich nicht so stark, aber das Problem ist einfach, wenn dann hinten noch irgendwo Raketenwerfer sind und vorne noch Armeen und dann ist das einfach zu viel. So, das hier sieht doch mal, oh, das hier sieht doch mal sehr solide aus. Jetzt muss ich eigentlich das Ding da kaputt kriegen. In irgendeiner Form zumindest mal schon mal richtig Damage machen. Und dann lassen wir es jetzt einfach mal laufen. Komm. Oh, die Aufteilung ist nicht gut. Die Aufteilung ist überhaupt nicht gut. Ist nicht gut gelaufen. Oh mein Gott. Na, was machst du denn? Zum Großteil hat er sich selber getroffen. Zum Großteil hat er sich selber getroffen. Ich könnte mich fortschmeißen. Alter, ich brauche noch. Ich brauche noch hier. Ich muss die noch. Mach wenigstens das eine Ding da down. Mach das eine Ding wenigstens da und ich brauche wenigstens den einen Stern. Mann. Mach das eine Ding down. Mach den Typen da oben down. Bitte, bitte. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Drei Sterne? Ja. Ich mach nur einen. Drei Sterne. Ja. Three Stars. Bam. Very, very nice. Ja, als wenigstens vorhin noch einen Stern mehr gehabt hätte ich diese Truhe jetzt schon öffnen können. Aber das habe ich nicht. So. Was nimmst du denn eigentlich für Truppen aktuell? Schlechte momentan. Ich glaube, mein Deck ist das schlechte, was man jemals gesehen hat. Weil ich verliere auch noch jetzt. Was mache ich falsch? Jetzt mal ehrlich, was mache ich falsch? Das fragst du mich jetzt. Ich habe glaube ich jetzt auch einen Fehler gemacht. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich habe einen richtigen Fehler gemacht. Aber das werde ich jetzt gleich merken. Ja. Das war echt mega schlecht gespielt von mir. Aber trotzdem. Ich will jetzt schon mal den einen. Habe ich schon mal. Wenn ich diese komische Kanone da weg bekomme, dann hat sich das Thema in der Regel erstmal erledigt. Weil den Rest kriege ich dann auch noch down. Dann sollten das wieder drei Sterne werden. Hoffe ich zumindest. Oh mein Gott. Mach das Ding. Nein, 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 nein. Es hat nicht gereicht. Einen nur. Ja, das war nicht so clever gespielt. Common Box. Ah, ich kann wieder upgraden. Das ist sehr wichtig. So, Upgrades. Einmal das da. Aber nur einen Stern. Nur einen. Und dann hast du das alles? Nein, nein, nein. Na, nein, nein. Da war ich immer noch zu. Eine Drohne. Okay. Kann man genauso langsam wie du im Stadt. Ja, ich habe hier ja schon voll. Ich bin nur gerade am Upgrade. So, hier kommen wir zu uns. Nein. Zwei Sterne. Drei Sterne. Jetzt kommt. Drei Sterne und dann nochmal zwei Sterne. Und dann habe ich es. So, oh mein Gott. Zwei Panzer und spinnst wurden. Bei mir auch ein Upgrade. Mhhh. Mhhh. So, diese Truppe ist schon mal über die Geschichte, mein Freund. So, jetzt. So, jetzt. Dann kommen hier ganz hinten die. Und ganz hinten die. Und ganz hinten die. Und ganz hinten die. Und nochmal diese. Cards. Ja, Mann. So, jetzt habe ich es gewonnen. Hoffentlich. Wenn ich das jetzt noch verdiene, dann kriege ich einen Echten. Wo schießt ihr denn drauf? Hallo? Hallo? Ja. Drei Sterne. Drei Sterne. Einen Stern. Nur Gold. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte die Pitcher. Jetzt habe ich nicht überholt. Ich hätte die Pitcher tatsächlich zuerst kaputt machen müssen. Das war mein Fehler gewesen. Ich habe dich überholt. Ja, ist ja gut. Wie viele Trophäen hast du? Oder wie viele Trophäen hast du? Einen nur. Ne, wie viele insgesamt? Also insgesamt in der ganzen Liga. Das weiß ich nicht. So, erstmal upgrade available. Minenwerfer auf level 6 oder Sky. So. Ich brauche nur noch einen Ständer, dann habe ich es für die Folge. Ne. Oh mein Gott, hier einen Stern habe ich immerhin geholt. Drei Sterne. Komm, auf drei Sterne jetzt noch. Eieieieieieiei, irgendwie läuft es jetzt gerade nicht so. Aber kriegen wir schon. Wieso hast du mir eigentlich auch nicht so untergleich? Ja, was hast du mich gekriegt? ja klar so und dann ja ich habe geschafft ja einstein ist mir egal ist mir egal ich habe nur einstein holt ist mir egal ich habe jetzt meine truhe zum schluss mein bus kann ich nur so den einen sternen habe ich jetzt auch schon mal ein boost der bus ist aufgeladen das war meine truhen ich bin 20 trophäen vor große 2 ja so ich habe jetzt drei sterne und damit habe ich auch meine truhen voll ja was jetzt bei dir was wird man dir bei dir mal wieder eine weg oder so nicht so viel glück habe ich jetzt nicht kommen box 3 heute habe ich sowieso kein glück was du bist in wiki 3 3 sein das doch ein bis 50 sterne was 188 mit so lucky 1 bist du fast verbrauchst du noch neun normalerweise müsste ich dir jetzt noch schnell noch nicht fehler noch 20 dann bin ich bei kommen die manche ab und fragen auf instagram dass die manche so noch schnell wie viel neun stück bei mir sind es 20 ich mache die neuen jetzt ich schaffe meine 20 nicht mehr warum neun stück die kriege ich das ist so easy das sind drei mal drei matches fertig dreimal 300 also dreimal ohne dass das ist gut drei mal drei jahre ist immer die kanone da hinten immer die kanonen das ist nicht schön das ist nicht schön da sind wir verschießen ja sehr gut es wird ja nicht so drei stelle gleich bei dir ja ich muss jetzt das mit ach da hinten sind ja zwei dinge drei sterne für mich das ist glaube ich nicht wirklich gut aber zwei stück für zwei stück sollte es erstmal ausreichend sein ja zwei stück habe ich auf jeden fall soja von neun wenn ich hier in der goldmine das eigentlich jetzt hier claim kann ich das claim kann ich nicht kleben dass sie kommen hast du da jetzt schon geklämt und dann geht sie drauf und dann oben da kann man auch so steht irgendwas mit mit kleidings habe ich schon gehabt das letzte mal irgendwie geht es gerade nicht so wie viele brauche ich jetzt noch 77 stück die kriege ich jetzt die stück bei mir brauche ich brauche noch 17 so damit müsste das hier schon richtig viel der mensch ein kannst ich mache nur so lange wie du auch machst wie du bist dann bist du deine neuen verlassen weil meine 20 schaffe ich halt nicht von der folge ja also ich will ich würde jetzt auf jeden fall die neuen also ich denke ja gibt dann auch an damit was denn nein ich gebe überhaupt nicht damit an das ist ja wie soll ich damit angehen so erstmal jetzt habe ich drei stück und darum ist ja auch noch so ein ding oh mein gott oh mein gott aber das sollten eigentlich meine truppen down kriegen ich habe ja noch genügend übrig und wenn dann noch so ein teil explodiert bei dem dann ist ja das war es sehr gut drei sterne jawohl ging angelo kick out of kies ich weiß dass ich keine kies mehr habe ja noch vier stück noch vier stück dann habe ich gepackt ich bräuchte noch 14 so und das sieht eigentlich danach aus dass man hier richtig der mensch machen kann im vorfeld schon und vier stück nur noch und die teilen sich natürlich das ist nicht gesehen guck mal die tolle ist er kommt noch oben auf dem herr wenigstens einsteller glauben darauf ja das ist es zu leser ja okay die besiegt mich was ja was dies kann doch nicht so stark sein doch zwei leser sind sehr stark was der rasiert ja einfach alles natürlich mit einem schuss ja du hast ja gesagt die leser werden nicht so gut die leser sind schon ziemlich stark ja habe ich nicht gedacht dass die so stark sind eigentlich müsste ich kommen wir probieren es jetzt einfach mal wir probieren es jetzt einfach mal hop oder top entweder es funktioniert nicht ich werde es jetzt gleich merken die müssen jetzt hier ja dann explodiert das nicht mehr der panzer wird jetzt hier auch gleich daumen sein das geht jetzt ratzfatz ist nämlich nicht ganz so stark wenn ich jetzt diese eine kanone da noch darum bekomme ich glaube nicht dass ich das schaffe weil oh mein gott oh mein gott also manchmal spielen die auch sehr unlogisch also manchmal herrke lässt guckte mal ja bei mir auch das ist schießt wird abgeschossen und fasst hat das in deutschland mehr reagiert was wir haben wir fehlen jetzt noch zwei wie viel noch elf zwei stück ja vielleicht schaffst du die elf her in der zeit wo ich die zwei ich habe nie im leben glaube ich auch nicht aber nein das mache ich nicht ja natürlich so den will ich gleich weg haben also nach möglichkeit zumindest schon mal sehr sehr abschwächen damit ist er auch schon mein gott ich habe nur ein stern holt oh mein gott 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 und sie reagieren wieder nicht mehr ist künstliche intelligenz im neuen jahr 1000 juhu spiel doch einfach mal dass die nicht so intelligent sind spiel doch einfach mal so doof wie es geht die dümmsten mögliche intelligenz das ist nicht die künstliche intelligenz das ist die dümmste die idee die dümmsten mögliche intelligenz dann wäre es aber dmi was ist denn das überhaupt wir hatten der das aufgeteilt das ist echt sehr strange kommen ja zwei sterne gleich und da rein und dann würde sagen das sollten eigentlich drei sterne werden weil die aufteilung ist irgendwie jetzt ist bei mir acht sterne ich habe jetzt auf jeden fall meinen stern den ich haben wollte eigentlich oh mein gott nein 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 sie reagieren wieder nicht er kann sie abschießen oh mein gott jetzt müsste aber drei ja es sind drei nein da oben sagt andere mit feuer den ab ja ja jetzt ins 3 ja so ich habe meine jetzt auf jeden fall zusammen und du ich bin aufgestiegen in die in die bronze liga dafür kriegst du 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 es ist das kann ich nichts nehmen ach da kann ich erst kleben das hat mir eigentlich gar nichts gebracht oder was ja hier würde ich ja was bringen ja doch es hat was gebracht weil ich es die ist noch stärker geworden ein bonus habe ich gerade sein bonus jungen bonus gab es hier gibt es da irgendwas neues dann kann man das lab nicht mehr upgraden das geht dann ist das rathaus 5000 da geht das rathaus okay also ich kann gerade quasi nicht jetzt noch sechs sterne ja dann kommen sie durch zwischen jahr zieht durch ich mache es auch noch kurz noch mehr kurz noch mal stand ja gut ist schon fast auf einem level fehlen die nur 100 stück nur 100 juhu drei panzer in chini so es hat leider nicht wirklich gereicht das war dieses einer eine dinger schon mal kaputt sondern man den hier wird jetzt mal wieder kaputt und dann war der gorilla ist schlecht also der gorilla ist nicht wirklich nicht wirklich stärke kommen wir als das ding da und dann habe ich drei sterne ja oh mein gott drei sterne und drei stück die schaffst du kommen auf geht's ich hole mir jetzt auch noch mal drei sterne da ist man zu lange beschäftigt da mit dem und dann geht's los drei sterne kommen schaffst du nein das ist der ist fies das ist fies platziert hallo das kann nicht wahr sein er schießt sich auf den minenwerfer da braucht nur noch ein hit point und schießt sich auch direkt neben ihr als geschaffte laser hat es geschafft der leser ist bei mir verkackt er hat halt echt unheimlich viel polne drei sterne toll die brauche ich wenn ich sie dir geben könnte würde ich es jetzt tun attack anyway es kann nicht sein wie kann man denn so blöd sein und man wird von einem minen abgeschossen und denkt sich egal funktioniert denn das wie kann das denn sein ja das habe ich jetzt irgendwie verkackt muss ich echt sagen das habe ich jetzt ganz anders das hätte ich alles verspielen müssen dieses drecks koppel ist fast nur das nervt mich koppel ist fast ja dieses also koppel ist was weiß ich meine dieses dieses ding da was die ganze diese koppel und die nerven es bräuchte noch einen einzigen ständen jetzt noch einstellen holt wie ich gehe jetzt einfach nur diese einstellen durch das nervt so 22 so einfach direkt voll auf risiko auf den einstern ich brauche nur einstellen das kommt den kriegst du jetzt auf ja dann habe ich doch schon ja alles ist dann bin ich auf der nächsten stufe den würde ich nicht machen ja gut wenn du es jetzt geschafft hast dann kann ich jetzt abbrechen wobei die will ich mir noch schnell holen ich habe zwei stelle sogar ein drittchen kann ich mal hier ist nicht mehr viel übrig jetzt nachdem ich nachdem der wieder zwei armeen neben die tonnen platziert hatte waren hier schon gleich staunen sehr und die drei stände doch ja und die sind halt die spieler einfach wieder doof also soll es ist halt es ist halt wirklich einfach unfassbar wie blöd teilweise die dinge spiele ich habe es geschafft ja geil freue ich mich schon in bronze 2 cool so geil also wenn es euch gefallen hat dann würde ich sagen dann lass mir gerne daumen nach oben da schreib es in die kommentare abonniert unser kanal kostenlos muss den bronze 2 und wenn es da ist rushworth mit uns beiden bis dahin und tschüss